Ich gehe jedes Mal drauf, nur weil er diese Hurensöhne retten will. Einfach verrecken lassen, diese Bastarde. Wirklich, sowas brauchst du. Ey, solche Krüppel. Mit diesen Bastarden kannst du nichts anfangen. Das ist unglaublich, wie dumm die KI hier ist. Ach, so eine dumme KI, ey. Jedes Mal rennen diese Hurensöhne da rein ins Feuer, ey. Was soll der Scheiß? Solche Arschgeigen, ey. Ich rette die jetzt nicht mehr. Ich lasse die krepieren, wenn die wieder reinrennen. Was soll denn die krepieren, diese Arschgesichter, ey? Solche dummen Deppen, ey. Das sind viele ohne Deckung, Jungs. Alter, halt ruhig. Da kann ich doch nicht zielen, ey. Mann, das ist so ein Arschgesichter. Wehe, ihr rennt jetzt wieder rein. Ich rette euch nimmer, ihr Arschgeigen-Sichter. Ich gehe jedes Mal drauf, wenn ihr euch, Wichser, retten muss, ey. Das bringt mir nichts, ey. Jeder ist sich selbst, ey. Wenn die so ein Blödsinn selber schuld. Ich rette euch, Wichser, nicht mehr. Ich seh nix. Ja, ich rette dich nicht, wenn du so blöd bist. Bitte, das ist dein Problem. Das ist sein Problem, wenn er drauf geht. Nicht mein Problem. Ich rette den Trottel nimmer. Geh nur drauf mit solchen Idioten. Bringt mir nix. Bringt mir absolut nix, den zu retten, oder gehst du nur drauf? Wie ist der Wichser? Jetzt kann er wieder nicht um die Ecke schießen. Ich rette dich sicher nicht. Du kannst krepieren, Junge. Das ist mir scheißegal. Jetzt haben wir zwei so dummes Sniper, anstatt ein vernünftiges Gewehr. Ja, geh drauf, Junge. Dann brauch ich dich nicht retten. Das ist wesentlich besser für mich. Perz den. Ach, ich bin unterwegs. Ja, Adams ist tot. Ich muss diese Arschlöcher immer retten, ey. Die sind so blöd, ey. Und krepieren, ey. Wenn du runtergehst, krepierst du mit. Rätst du sie nicht, krepierst du mit. Echt, ey. Ey, das kannst du vergessen. Die sind so dumm. Die KI ist so dumm. Ey, so... Einfach strunzblöde, ey. Dass es nicht mehr weitergeht. Ah, ne, jetzt weiß ich, warum das Spiel keinen Erfolg hat, ey. Wenn die KI zu blöd ist, dann kackt du jetzt. Das ist so eine Art Geheimtipp, das Game. Ist nicht sehr verbreitet. Jetzt weiß ich, warum, ey. Scheiße, die Kerle gibt nicht nach. Und dazu schreiben sollen, dass die KI 5 Minus ist, ey. So strunzdumm, Alter. Muss ja alle wegmachen. Die sind so blöd, dass sie auf sich selbst abgehen, ey. Flaschen, ey. Jetzt kriege ich einen Headshot neu, ey. Mann. So eine saublöde KI habe ich nur in keinem Game erlebt wie hier, ey. Das ist die dümmste KI, die ich je erlebt habe, ey. Seh ich gar nicht rein. Wieso gehe ich drauf, wenn diese Arschgeigen hier reinrennen, ins Feuer, ey. Soll doch krepieren, Mann. Ich mache sie alleine. Ist doch kein Problem. Die sind nur eine Belastung, diese Idioten. Die sind einfach nur eine Belastung. Kein Schwein braucht diese Trotteln. Kommt super klar ohne die Deppen. Da ist der Pissler. Achtung, Feind! Ist das ein Feind? Ja. Feind kommt aus der Deku. Alter. Tango erledigt. Tango erledigt. Mit den beiden Deppen komme ich hier nie vorbei. Die sind einfach zu blöd, ey. Nützlichkeit gegen Null. Und dann reinlaufen und sich abschlafen lassen. Na, ja, BG, Mann. Masch hier. Sie bewegen sich. Diese KI ist wahnsinnig. Tango neutralisiert. Da kommt noch mehr Verstärkung nach. Feuer, Feuer. Umgelegt. Scheiße. Liege ich schon alle um. Mir könnte die Trottobus machen, Jungs. Ist ja nicht schlecht. Bin fast leer, muss nachladen. So, wir müssen auch mal vorrücken hierher. Weil wenn ich jetzt wieder runtergehe, gehen die Deppen unten und sind wieder da. Und das bringt mir nichts. Ja, das wäre eine Idee, wenn ihr in Deckung geht. Und brauche ich euch nicht immer retzen, ey. Das wäre echt ein Welthit, Jungs. Das ist ja nicht weiter. So, sind wir es dann? Da lebt noch. So runter jetzt, ihr Bauern. Muss ich wieder mitgehen, weil sonst gehen die drauf. Scheiße, wir sind unter schwerem Beschuss. Waren das alle? Alles klar. Loll. Wird der Rennen an unseren Leuten vorbei, wie es ihm Spaß machte. Also recht fähig sind die Netti zwei. Musste alles selber machen. So eine saublöde KI habe ich selten gesehen. Wahnsinn, äh. Bis sie mitdenken KI. Zum Beispiel, wenn ein Feind vor dir vorbeiläuft, schießen wir eine Idee. Hä? 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 Vorsicht, Nahkämpfer! Walker, der will zu dir! Wir hatten ein Messer! Halt ihn auf Abstand! Warte nach! Deck dich! Läuft doch! Deck mich genau! Deck mich hin! Vorsicht! Tango will vorrücken! Der ist hin! Der ist im Arsch, Junge! Oh, Muni, Muni, Muni! Ach nee, nee, gib mal bitte den Pisten, oder? Ja, das ist ein geiles Teil! So, schön, Muni! Wir sind die ganzen Pisser! Und der hat schon gekriegt, Jungs! Aber da kommen noch mehr, ja? Das ist das Problem! Oh! Oh! Na komm, geh, 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 geh! Oh! Verstanden, Son! Los! Bewege! Bewege! Befehle erhalten! Allt! Feind ausgestattet! Sie bewegen sich! Feind ohne Deckung! Ah, läuft er! Kommst du her! Warte! Kommt denn der her? Halleluja! Na, Junge, du gehst mal nicht im Zipfel, ey! Das wären erstmal alle! Na, was denn? Puh! Habt ihr den Irren mit dem Messer gesehen? Ja, das reicht ja auch, oder? Ja, war ja kaum zu übersehen! Nimm dich vor solchen WD in Acht! Ich brauche eine andere Waffe, die ist schon wieder Muni leer! Also Muni hat man hier sehr, sehr wenig! Kann ich gleich sagen! Exekutieren ist ne Idee! Boom! Dann geben wir schon die Muni! Läuft! Besser das als wie gar nix! Und wir müssen da rüber! Oder? Noah Risengaul, zumindest in Metal Gear! Kommt durch das Gebäude! Boah, das ist ne Brücke! Das ist ne Brücke, Leute! Die Folter wirkt ein bisschen heftig! Ah, wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich! Wie kommst du drauf? Ich glaub, ich kenn ihn sogar! In Kabul reist du einen Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte mit der man sich nicht gern anlegt! Ich hab nie mit ihm geredet! Aber der Colonel vertraute ihm blind! Kam nie dahinter wieso! Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt! Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme! So eine Stimme vergisst man nicht! Das Signal ist noch schwach! Wir müssen weiter runter! Hm, hier oben ist jedenfalls nichts los! Wo geht's denn da runter? Ah, da! Äh! Geht ihr mal? Hallo? Flaschen? Ah, hier! Hier! Weil Sand hier drinnen! Rätiger Sandspielplatz! Oh ja, nett! Suchen wir den Ausgang! Da ist ne Tür! Da geht's wohl raus! Loll! Loll! Biss die Sand! Scheiße! Wie, nicht kurz was los! Ich erscheint er gern!" Ola lä 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 lä! Ganze Mentor liked Feld 13 Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, das ist gut. Da geht's ein bisschen runter. Ja, das ist eine Idee. Der hat eins, das nimmt man dem weg am besten. Oh, da ist noch einer. Scheiße, da sind Grenades. Oh, scheiße, wo hast du mich nur gesehen, du Sau? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich muss doch irgendwo in Deckung. Ey, ohne Scheiß. So schnell kann man doch keine Waffe greifen und den umnieten. Und die anderen drei noch dazu. Hab mich die Sau da gesehen, die Dumme. So, haben wir schon. Toll, kein Signal. Wird ja immer besser. Okay, ich brauch schnell ein Gewehr. So, komm her, du Pisser. Ich glaub, mit Leertestes Nahkampf. Dann holen wir uns dem seins. Exekutieren. Dann hab ich jetzt die Waffe. Jo, läuft. Wo, 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 wo. Deckung. So, ihr Schisser. So sieht's aus. Ihr Lutschfeine. Geht in Deckung. Wow, wow, wow. Junge, Junge, Junge. Ah, da ist noch einer. Ach, du feige Sau. Rind wie ein Mädchen. Arsch. Alter, was lädst du denn nach, wenn einer vor dir steht? Da bricht man doch ab und schießt. Ah, in jedem Shooter funktioniert's. Nur hier nicht. Laden, abbrechen, schießen. Verstehen wir, wo das Problem ist? Geht nicht offensichtlich. Ah, es ist widerlich, hä. Oh Gott. Nochmal Menschheit. Da braucht's Nerven. Okay, ich brauch schnell... Da brauch's Nerven, Alter, bei dem Shooter hier, hä. In welchem Game, bitte, kann man das Laden nicht abbrechen, hä? Scherzkekse. Ja, exekutieren halt, du Trepp. Mann. Funktioniert ja super, die Steuerung, hä. 1A-Steuerung. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018